Willkommen zurück zu Super Mario Brothers 3. Heute mal ausnahmsweise nüchtern. Geh nicht in die Acht, geh nicht ins Licht, Terrence! Ich soll nicht in die Acht gehen, ich soll in das Schloss gehen. Hab ich eigentlich noch was an... ey, ne. Wie mach ich das? Achso. Ja. Nö, komm. Brauch nix. Ich mach das klein. Ich rock das Level. Soviel dazu. Du musst mich an die Steuerung gewöhnen. Oh, ich hab nur noch ein Lebensstück dabei, aber was? Oh Gott, wenn du jetzt stirbst, sind alle L's weg. Alle L's. Alle Leugies sind dann weg. Nein. Yay! Fick den ich. Der Part fickt ja mal saugut an, Leute. Ich glaub, als Grafe trinke ich dann gleich mal den Schluck. Ja. Ich hab jetzt nix getrunken. Ja, ich hab hier... Oh, guck mal, du musst sogar noch mal in die Eins rein. Ich hab hier, äh... Das ist nicht toll. Ach, guck mal da. Das heißt Info für die Zuschauer hier, so, äh... Wodka Orangensaft. Hab ich im Urlaub so ne kleine Vorliebe für entwickelt und... Einfach nur klasse. Einfach nur klasse. Wodka Orangensaft. Ähm... Ganz ehrlich, Leute, ich nehm jetzt das P, oder? Soll ich's waste? Kannst ja... Kannst ja die Wolke nehmen? Ja, ja, genau. Oh, das ist einfach das Level. Ja. Ja, 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 ja. Gott sei Dank. Da wär sogar ne Blume gewesen. Hey, okay. Aber wenn ich klein gewesen wäre, wir da keine Blumen wieder. Nalalala, da bin ich ja... Fülf! 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 Ich seh schon, dass du sie jetzt total vergeigst, weil du die Zeit auslaufen lässt. Na? 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 Na, schaff es heute noch? Oha, der war knapp. Das ist dir schon klar, ne? Die Blume ist weg. Was ist denn... Ich hab keine Ahnung, was mit der Steuerung los ist gerade. So, äh... Links. So... Lalalalalalalalalala... Ah! Was war denn das gerade? Ah! Ja, ich bin... Leute, ich bin heute nicht ganz auf der Hölle. Es ist ja auch schon spät. So. Also, Entschuldigung. Ach ja, hier musst du hin. Hier musst du die Blöcke aktivieren. So. Über dir. Über dir. Hier. Hoch! Nein, hier. Doch nicht. Und welche waren denn dann? Hier nicht. Komm, ich geh jetzt erstmal hier weiter. Ist ja nur wichtig, dass wir zum Ziel kommen. Ja, Hauptsache angehittet. So, hopp! Weiter. Ja, soviel zu zieren, ne? Ich hatte gerade so Angst, ne? Da unten ist vielleicht ein Boden. Nein! Ich hatte gerade so Angst, dass er kein Boden ist. Jetzt sind die ganzen... Ah, Kumbas. Wieder da! Da da! Da da! Zu früh gesprungen. Soviel zu innen, ne? Die Blume. Oh, ich hab wieder fünf Leben gehalten. Äh, äh, wo kann ich denn hier? Ach, hier. Wobei, ich weiß nicht, ob du abkürzen kannst. Ich kann ja wieder die Flöte benutzen. Ja, so aus Versehen. Äh, äh, hoch. Bip, 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 bip. Wo bin ich denn? Ach, da! Hallo! Da unten ist aber... Ja, aber du kannst ja da weiterkommen dann. Na? Na? Ich fass es nicht. Muss ich dazu noch irgendetwas sagen? Ich hab jetzt übrigens den Trick rausgefunden, wie es geht. Ja, ich hab gerade geguckt und ich glaube, ich weiß es auch. Sobald, äh, wo bin ich denn jetzt, äh, von wo bin ich denn gekommen? Von der... Du bist von oben gekommen. Wo geht's da hin? Ja, der Trick ist, wenn ich das jetzt richtig erahne, dass man drücken muss, sobald, äh, nur noch das letzte bisschen von dem... Hallo. Äh, das letzte bisschen von dem, was wir haben, bis da ist. Also, ich hab jetzt immer gedrückt, wenn grad der Pilz, äh, aus dem Bild raus wollte. Weißt du, wie ich mein? Hm? So, äh, gut. Da, 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 da. Äh. Okay. Äh. Ne, ich glaub, da kommst du auch nicht weiter. Wozu f*** bin ich denn? Kommst du zu vier. Ja, da wollte ich ja hin. Geh nochmal zurück. Ja, aber geh nochmal zurück. Ich glaub, ich muss den normalen Weg gehen. Weil du kannst ja auch oben lang. Ja, da bin ich doch gekommen, oder? Ne, da rechts meine ich. Ach da. Ja, da war ja auch noch was. Weiß allerdings jetzt nicht, wo du da hinkommst. Wo geh denn hin? Ach, guck mal da. so zeige ich dir mal wie ein echter spieler das macht nicht der leuge das macht das will ich hierhin nirgends eine sackgasse ja alte mann ila mehr scheiße das sind münzen ja was du hier drüben ja ich bin oben entlang der seite ja auch dass ich ihnen echt keine schwierigkeiten haben es doch so zu treffen das ist meine haare außen rummalen ok hat jetzt auch jeder verstanden 100 pro ja ich kenne ja diverse leute die die witze nicht verstanden hätten so wirst du oben lang gegangen ich kenne auch ein paar leute ich bin oben dann gehe ich mal links heiß bin der block mich dadurch lässt die mag keiner perry doch die mag jeder sagen wo bin denn ich jetzt hier schon wieder hingeraten auch super wie soll ich da hinkommen das probiere ich jetzt ich will es oben sagen doch runter links rechts oben unten unten soviel zu du stirbst weil ich die zeit hier laufen wo geht es hier eigentlich hin hier geht es bestimmt nicht dahin wo ich hin will nein ach bin ich wieder am anfang ne halt stopp ne vielleicht doch richtig oder auch nicht verdammte axt ich hasse labyrinth level vor allem bei mario du hast noch 160 sekunden ja sie haben auch noch die telefon choker äh muss ich jetzt arschloch wo muss ich jetzt hin rechts 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 von da kommst du doch blöder pisser hoch du bist da ja noch gar nicht weitergegangen ich bin nicht weitergegangen ach so toll super nix na gib weg scheißblock ach so wieder ein piss Münzen sammeln ganz wichtig und die Münzen sammeln bloß nicht vergessen nix okay gut jetzt hol dir ein stern nix 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 mit so nem scheiß gast kannst du mir doch um die Uhrzeit nicht mehr kommen herrgott ich hasse solche Einblocksprüchen игр Ich bin echt am überlegen, das P zu nehmen, weil die Wolke kann ich nicht nehmen. Doch, nein, vielleicht. Jetzt hast du gar nichts genommen. Nein, nein, das geht nicht. Ja, brauch ich nicht. Halt. Jetzt. Ach, super. Hallo, ich bin der Gilb. Ich mache weiße, welche graue und schmutzig. Du bist nicht tot. Oh, oh nö. Er hier. Dieser miese Sack. Vater Feuerblume. Ich bin jetzt einfach drüber gesprungen. Ja, oder auch nicht. Okay. Ich bin tot. Nein! Ich muss dran denken, wenn sie gerade reingeht zu springen. Nicht, wenn sie schon drin ist. Ach ja. Das ist so diese letzte Arschlochstelle. Komm mal, du her. Du Stricher. Ich habe jetzt schon wieder genügend Material für Foxy's Highlights. Ach ja! Darum ist er am Feuerball. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Kommt. Aber auf jeden. So. Du, 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 du. So. Jetzt. Ach man! Komm. Ich nehme jetzt gleich das P. Ich weiß. Scheißegal jetzt. Ich nehme gleich das P. Oh, ich schaff das jetzt. Alles klar. Äh. Hihihihi. Oh, oh, oh. Verdammt. Hallo. Chris hat, glaube ich, eins zwischen die Beine bekommen. So, Leute. Ich trinke jetzt mal einen Schluck pures Leben. Danach geht's los. Ja. Harry. Der hat ein Pyrr. Der hat ein Pyrr auf der Brust. Pass auf, jetzt kommst du über das zweite Hindernis und dann stirbst du. Wenn du fliegen kannst. so viel dazu was denn ich erinnere mich das wollte das lachs und ich damals auch waren es hat irgendwann nicht funktioniert irgendwas in die hose gegangen ja genau wahrscheinlich das war bei irgendeinem regen stürmband dazu soviel zum p muss ich auf zwei seiten aufpassen das ist das gemein es ist so traurig kann mir das schloss ich einfach nehmen und irgendwo anders hinschieben ich glaube bei dem level hatte du uns lag sie damals das erste mal selbst jetzt gemacht das mag gut möglich sein ja und ich bin ganz ehrlich wenn wir das in diesem part nicht schaffen werde ich im nächsten part auch selbst jetzt machen bzw die darfst du mir dann machen ich darf selbst jetzt morgen ja auch hier kommen wir kommen hier stehen ja hier glaube ich nicht mehr doch weil er dann weiter nach unten schießt der kleine pizza dies liebe pizza wie soll man das bitte deiner meinung nach schaffen spiel ich wurde staub aufzuwirbeln ist einfach aufhören so ein wirbel zu machen aber ich versuche es trotzdem nochmal ach nee komm ganz ehrlich oder soll ich mal die acht blödsinn das ist lebensverschwendung da wollte ich es mal schnell machen kann ich nicht wieder kann ich nicht wieder zurückgehen und leben fahren nein 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 ich gehe mal woanders hin tschüss ich mach die vier oder so ähnlich was eine scheiße echt äh ja von wo kam ich denn ich bin glaube ich da rein kann sein kann sein kann sein ich glaube das ist falsch jetzt ein schluck getrunken und fang schon an zu schwitzen das ist ach grüß dich war ich jetzt schon lange nicht mehr das ist ja wahnsinn das ist ja wahnsinn oh mein gott ja mei fick dich das ist bestimmt voll spannend für die zuschauer wie ich jetzt hier wieder backtracking betreibe aber es ist gut ja doch er sah es sich an und befand es für gut ach ja hier vier ach ja sollte die qualität des videos jetzt anders sein ansonsten liebe zuschauer liegt es daran dass ich liegt es daran dass ich die kilobit anzahl hochgetreten mit sidestroning ich bin begeistert meine damen und herren weiß gar nicht mehr wer das beim letzten mal geschafft hatte du oder ich nicht doch hat ja auch nö nicht du geh weg der dicke wieder ha 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 auch nö nicht china hat mama mama blooper ich hasse diese biester kann er nicht mehr nach hause gehen doch ich sehe mich schon tut war wo hat an diesem spiel bestimmt mit 100 pro ok leute wir beenden hier den part das nämlich schon bei fast 16 und sorry leute aber im nächsten part werde ich definitiv mit safestates hier arbeiten weil wir wollen ja nicht ewig lang hier hängen und ich sag es immer wieder spiel spaß schön und gut ja die entwickler haben das spiel so gemacht dass man es schaffen kann aber wenn ein ein spiel frustet dann darf man natürlich auch mal zu unfairen mitteln greifen denn wenn es uns frustet ist das natürlich ganz klar dann verlieren nicht nur wir den spaß sondern auch eher beim zuschauen wenn wir die ganze zeit es sei denn ihr seid blöde arschlöcher alles klar ich hoffe ihr hattet spaß wenn er wer euch das video gefallen hat dann ist doch mal in einer bewertung da und wir sehen uns beim nächsten mal